Hallo zusammen, heute zeige ich euch die Übung Bergsteiger aus unserem Bewegungs-ABC. Wir begehen uns in die Lieblingsposition nach unten. Die Hände sind gerade auf dem Schulter, der Kopf sollte nicht so tief und auch nicht so hoch, sondern gerade und der Blick ist nach unten gerichtet. Die Beine hinten können zusammen sein oder leicht auseinander und von hier aus ziehen wir die Knie nach vorne. Immer abwechselnd, rechts und links, rechts und links. Und wir können natürlich auch das Tempo steigern. Ganz wichtig ist, dass der Rücken möglichst gerade ist, nicht so weit nach oben und auch nicht so tief. Bleibt möglich wie es geht in einer Gerade. Viel Spaß dabei!